Hallihallo, wieder ein dickes Update für Final Cut Pro 10, Motion und Compressor. Das 24. um genau zu sein, mit großen aber auch vielen kleinen Neuerungen für jedermann und Frau. Naja, besonders jedermann und frau, die sich für Dinge wie VR-Videos und Farbkurritur interessieren. Ich grüße euch, Robin Kurz, hier wieder von postprofessionals.de und mit dem ersten schnellen kleinen Überblick zum gerade erschienenen Final Cut Pro 10.4 Update. Aber auch Einzelheiten zu Motion und Compressor natürlich. Ich werde mich allerdings in drei Clips diesmal darauf beschränken, die wesentlichsten Neuerungen grob abzuhandeln. Längere Trainings zu bestimmten Themen sind allerdings in Vorbereitung. Also einfach mal in der Beschreibung nach weiteren Infos schauen. Wenn du selbst aber an einem umfassenden Training zu einem bestimmten Thema, sei es Farbkorrektur, HDR oder sonst etwas interessiert bist, dann abonniere diesen Kanal, klick auf die kleine Glocke oder schreib dich gleich bei uns unter training.postprofessionals.de gratis ein und du wirst sofort per Newsletter, garantiert ohne SRAM, benachrichtigt, wenn es soweit ist. Dort habe ich aber auch ein paar Gratis-Plugins und ein bisschen Material hinterlegt, die hier zu dem ganzen Thema passen. Alle Links in der Beschreibung, jetzt aber wirklich zum Update. Fangen wir doch einfach mal bei der brandneuen Unterstützung für den 360-Grad-VR-Videoschnitt an. Hat man eine VR-Kamera oder einfach nur entsprechendes Material, dann kann man jetzt dieses ohne weitere Plugins oder Zusätze in Final Cut Pro 10 importieren und bearbeiten. Wer sich also z.B. die Dashwood-Plugins von FXFactory geladen hat, der kann diese nun getrost wieder deinstallieren. Hat man VR-Material importiert, welches auch über die Metadaten entsprechend als solches korrekt ausgewiesen ist, dann sieht man oben links im Filmstreifen des Clips im Ereignis ein neues Symbol mit kleinen Pfeilen, die in alle Richtungen zeigen. Jetzt kann man mit Command N ein neues Projekt anlegen, es z.B. mein VR nennen und hier entweder auf die eigenen Einstellungen gehen und einfach vorab auf das jetzt neu zur Verfügung stehende 360-Grad-Projektformat sowie passende Größe und Bildrate voreinzustellen, wobei hier sowohl monoskopische als auch stereoskopische Projektionsarten unterstützt werden. Oder ich belasse es einfach auf den automatischen Einstellungen, klicke OK und befördere meinen ausgewählten Clip mit der E-Taste in das Projekt. Damit, wie bei allen anderen Arten von Projekten auch, ist das Ganze entsprechend automatisch als 360-Grad-Projekt angelegt. Das kann ich wie immer oben rechts hier über dem Viewer kontrollieren. Um VR-Clips in ihrer Besonderheit korrekt bearbeiten zu können, muss da natürlich einiges unter der Haube passieren und einige neue Funktionen integriert werden. Wie schon gesagt, im Moment will ich nur oberflächlich auf die verschiedenen Neuerungen eingehen. Wer aber gerne selbst mit dem Ganzen experimentieren möchte, nur kein Material hat, der kann sich gerne bei uns ein wenig VR-Material zum Ausprobieren herunterladen. Den Link poste ich in der Beschreibung. Und wenn du an einem ausführlichen Training zum Thema VR interessiert bist, dann gib mir in den Kommentaren Bescheid. Mich interessiert einfach, wie groß das Interesse allgemein ist. Jetzt wo ich meinen VR-Clip in der Timeline habe, kann ich nun auch einige Dinge damit anstellen. Allerdings sehe ich im Viewer nur das sogenannte Äquirektanguläre Bild, so ist es. Und kann den Ausschnitt hier auch nicht verändern. Das ist wo ein neuer Viewer ins Spiel kommt. Und zwar passenderweise ein 360 Grad Viewer, den ich jetzt im Darstellungenmenü an dritter Stelle finde oder mit dem Kürzel Alt Command 7 öffnen kann. Einmal ausgewählt, bekomme ich den neuen Viewer links neben den Standard Viewer dargestellt. Hier kann ich nun durch einfaches Klicken und Sehen meinen Ausschnitt wählen und oben links über dem Fenster mit dem Schieberegler eine Brennweite bzw. einen Blickwinkel zwischen 175 und 45 Grad wählen. Mit dem Häkchen ganz rechts kann ich dann bei Bedarf die Ansicht bzw. den Blickwinkel wieder zurück setzen. Jetzt kann ich mich an die Nachbearbeitung meines Materials machen. Habe ich ein 360 Grad Projekt mit 360 Grad Material, bekomme ich einen neuen Satz an Parameter im Informationsfenst angezeigt, zum Ausrichten bzw. zur Orientierung des Ausschnitts meines Materials. Wurde beispielsweise mein Material etwas in Schieflage aufgezeichnet, kann ich Eigenschaften wie Neigung etc. über diese Drehregler anpassen. Oder ich kann das Neu-Ausrichten-Werkzeug hier rechts. Oder im uns schon bekannten Menü unten links unter dem Viewer aktivieren. Schalte ich jetzt obendrein die neue Horizont-Überlagerung im Viewer über das Darstellungsmenü hinzu, kann ich jetzt durchklicken und ziehen das Bild an dem hier in gelb erscheinenden Horizont neu ausrichten. Zum Beispiel bei dieser Aufnahme sehr hilfreich, wo ich, keine Ahnung warum, das Ganze um 90 Grad gedreht aufgenommen habe. Mit dem Orientierungswerkzeug und dem Horizont aber auch kein unlösbares Problem. Bei einem normalen, nicht 360 Grad Projekt, also z.B. einem normalen HD Projekt, welches aber 360 Grad Material beinhaltet, bekomme ich Parameter für die Einstellung des besagten Blickfelds der Ansicht, da der neue VR Viewer in diesem Fall dahingehend gar keine Funktion hat. Diese sind natürlich auch mit Keyframes animierbar. Das was man im Viewer sieht, ist dann das was am Ende ausgegeben wird und das Material ist selbstverständlich mit den entsprechenden Metadaten bzw. Exif Tags versehen, dass sie nach Hochladen auf bspw. YouTube auch korrekt als 360 Grad Video erkannt und dargestellt werden. Jedenfalls insofern der verwendete Browser die Darstellung auch unterstützt. Hat man eine VR Brille oder Headset angeschlossen und die Steam und Steam VR Software installiert, braucht man nur noch hier im Fenster Menü oder im Einstellungen Menü über dem 360 Grad Viewer Ausgabe an VR Headset wählen oder Ctrl Alt Command 7 drücken. Und Final Cut und Steam verbinden sich automatisch. Danach sehe ich dann den jeweils aktuellen Inhalt des 360 Grad Viewers im Headset gespiegelt. Wobei im Moment nur HTC Vive Brillen im vollen Umfang unterstützt werden. So oder so setzt die VR Bearbeitung aber auch mindestens Mac OS 10.13, also High Sierra voraus. Wer aber zum Beispiel eine Oculus DK2 VR Brille hat, kann Final Cut Inhalte über den 360 VR Viewer von Dashwood schauen. Jetzt kann man sich ganz frei in seinem VR Video umschauen. Und wenn ich es anders herum haben möchte, nämlich dass das was ich oder jemand anderes im Headset sieht, hier im Viewer in Echtzeit gespiegelt wird, dann geht auch das. Dafür muss ich nur wieder ins Einstellungen Menü gehen und hier VR Headset Spiegeln aktivieren. Damit bekomme ich das was der Headset Träger sieht, also seine Kopfbewegung bzw. Blickrichtung im Viewer in Echtzeit angezeigt. Aber eine kleine Warnung was das ganze angeht, hier wird eine wirklich heftige Grafikkarte vorausgesetzt, um die Minimum empfohlene Übelkeitsfreie Bildrate von 90 Bilder pro Sekunde auf der Brille zu erreichen. Da würde ich doch jedem, der tatsächlich VR Produktion im größeren Stil geplant hat, Minimum einen neuen iMac Pro mit entsprechender Grafikkarte ans Herz legen. Im Einstellungen Menü kann ich außerdem auch noch eine Überlagerung mit den Blickwinkelangaben einschalten falls ich das brauche und die Ausrichtung und Winkel bei Bedarf zurücksetzen. Darüber hinaus sind auch noch einige neue Filter, Titel etc. speziell für die VR Nachbearbeitung hinzugekommen. Diese findet man jeweils in einer neuen 360 Grad Kategorie, in deren respektiven Übersichten. Einmal in der Effektübersicht finden wir zum Beispiel einen 360 Grad Patch Filter, um ganz klassisch sein Stativ aus dem Bild zu retuschieren, und Glühenfilter, Scharf- und Weichzeichnungsfilter, da gerade solche Filter bei 360 Grad besonders angepasst werden müssen. Darüber hinaus gibt es in der Titelübersicht auch eine neue 360 Grad Kategorie mit neuen Titeln, sowie zwei spezielle 360 Grad Generatoren in der Generatorenübersicht. Legt man eines dieser Titel auf sein Material und schaut ins Informationsfenster, dann fallen diese 360 Grad Titel vielleicht nicht ganz unerwartet durch zusätzliche Parameter für Tiefe sowie X, Y und Z Rotation auf. Womit ich demnach die Titel natürlich auch frei in meiner 360 Grad Umgebung platzieren kann. Ein Thema, was uns zum ersten Mal zu Motion bringt, wo diese ganzen Effekte, Titel und Generatoren schließlich ja gebaut werden mussten. Wenn wir kurz zu Motion wechseln und in der Projektübersicht mal in das Menü für die Voreinstellungen schauen, dann sehen wir hier natürlich auch eine bzw. zwei Voreinstellungen, um ein 360 Grad Video Projekt, Effekt, Generator, Übergang oder Titel anzulegen. Einmal angelegt, sehen wir auch hier, dass es entsprechend neue Darstellungsmöglichkeiten gibt bzw. genau genommen wir gleich zwei neue Ansichten zur Auswahl haben. 360 Grad Rundblick und 360 Grad Übersicht. Das ganze Thema Motion wird nun also noch komplexer. Und wo wir schon hier sind und über die verschiedenen Projektformate sprechen, kann ich ja auf eine kleine weitere Verbesserung in Motion hinweisen. Nämlich die Tatsache, dass wenn ich mal ins Dateimenü schaue, wir hier einen neuen Punkt haben. Und zwar Projekt konvertieren in. Hierüber kann ich mein jeweils aktives Projekt beliebig nachträglich in eins der anderen Vorlageformate mit einem Klick umwandeln. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nur ein einfaches Projekt angelegt habe, aber irgendwann mir denke, dass das ganze als Titel inzwischen doch viel sinnvoller wäre, was mir persönlich auch schon oft passiert ist, dann muss man bisher alles in eine neue Vorlage des gewünschten Formats rüber kopieren und neu speichern. Nun aber mit der Version 5.4 von Motion kann man aber einfach durch Anwählen eines der anderen Formatsvorlagen hier im Menü sein Projekt quasi ohne weiteres konvertieren. Etwas, was ich weiß einigen Leuten wie mir sehr gefallen wird. Zu den sonstigen relativen Kleinigkeiten, die bei Motion noch dazugekommen sind, komme ich dann im dritten Video zu sprechen. Das war's. Wie findet ihr also die neue VR-Funktionalität? Ist es etwas, was ihr selbst gebrauchen könnt? Oder ist es vielleicht jetzt erst für euch interessant geworden, wo man es ohne normalerweise extrem teuren zusätzlichen Tools bearbeiten kann? Oder produziert ihr vielleicht sogar schon fleißig VR-Videos? Würde mich freuen, von euch in den Kommentaren dazu etwas zu hören. Und wie schon gesagt, wenn ihr ein wenig Material zum Ausprobieren haben möchtet, ich habe in die Beschreibung einen Link gepostet, wo ihr Material, aber auch andere kleine relevante Goodies zu diesem ganzen Thema herunterladen könnt. Im zweiten Teil wollen wir uns ein wenig die genialen neuen Farbkorrekturfilter und Werkzeuge anschauen. Wenn euch das ganze gefallen hat und vor allen Dingen auch hilfreich war, würde ich mich über einen Daumen hoch oder sogar ein Abo sehr freuen. Beides die größte Motivation für uns, euch weiterhin Gratis-Tutorials und Infos wie diese vor allem auf Deutsch zu bringen. So oder so, bis hierhin vielen Dank fürs Schauen. Bis denn!